Hallihallo liebe Leute und herzlich Willkommen zurück zu Ultimate Chicken Horse, das ist ein Midsommlay! Paluten! Hallo! Und schön im Let's Play! Hallo! Heute spielen wir wieder Custom-Level. Hier oben haben wir ein Pac-Man-Level und dort unten haben wir die Runde Erde. Ich weiß nicht was von beiden... Pac-Man! Ähm... Ja? Was denn? Wenn etwas... etwas... Ich... Kann kein Deutsch... Alter! Instant gewonnen! Al... hä? Was wollt ihr uns damit sagen? Morada sucht immer die besten Sachen raus. Alter! Ich hab Pac-Man gesehen und hab gedacht... Warte, ist doch alles gut, jetzt macht er sich kaputt! Ich wohin, ich werd das gewinnen. Okay, ich muss darauf... ich muss hoffen, dass ich nicht links spawne. Wo spawne ich? Welche Seite? Okay, Münzen, 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 Münzen! Ich bin kein Geist! Nein, ich bin da nicht riesig oben drauf! Ich brauch mehr Münzen! Nein, da oben gibt's auch noch Münzen! Ja! Ich komm nicht an die Münzen! Ja! Ja, Leute! Ich komm nicht an! Oh! Münzen, Münzen, Münzen! Das sind meine! Das sind mein Geld! Das ist mir egal! Ich nicht! Ich hol alles! Ich spiel Pac-Man ruhig! Oh nein, okay! Oh, oh, nice! Das stimmt hoffentlich! Karma, Karma, Karma! Wow! Ja, ich hab auf keinen Fall gewonnen! Hallo, ich war zuerst im Ziel! Hallo, ich war zuerst im Ziel! Ahaha! Alter! Hey! Sehen wir auch was? Okay, ja gut! Oh! Oh! Nein! Nein, ich back auf doch nicht! Ach, da ist ja was! Nein! Ich bin... Alter, Manu hat so Glück, dass ich da durchgefallen bin! Nein, Manu! Ich hab gedacht, da wäre nix im Weg. Ich bin auch noch ein Ziel. Aber ich glaube, ich hatte die meisten Münzen. Nee, ich hab gewonnen. Okay, Pac-Man. Das war doch lustig. Pac-Man. Kontrovers, kontrovers war das Wort, ob Pac-Man oder die Runde Erde kontrovers ist. Was? Mein erster Satz im Video. Ich wollte, ich hab nur Mist geredet. Ich hab nur Blödsinn geredet. Feuer, warte, ich mach da was dran. Los, Leute! Hallo? Bitte Ruhe! Ich hab mal Spielerkondition nach Ewigkeiten wieder ausgemacht. Hättest du nicht für die Map die Schwerkraft runter machen können, Mauder? Wie gut wär das denn gewesen? Ja, das wär genial! Aber die muss immer niedriger werden, umso weiter man nach oben geht. Genial? Genial. Genial. Oh, Grepe-Ritter. Achtung, da sind Stacheln an den Dingern. Du hast... Mauder, du hast gelacht. Ja, wie, da krieg ich schrien, hat der arme Junge. Er ist nicht gestorben. Ja, und jetzt? Au! Achso, achso schlippst du, Mauder. Ich muss kichern und einfach in die Labe rein. Geil. Ich glaub, hier muss man echt die Schwerkraft umstellen. Bauen wir den Weg nach oben. Maudado, beweg dich. Maudado! Maudado! Ich wollt grad das Level durchstarten. Nee, 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 nee. Den schadest du mir nicht mehr. Du schadest hier gar nix neu. Oh, okay. Wir haben nicht umsonst Blöcke. Guck mal, da hab ich jetzt ne Treppe hingemacht, jetzt kommen wir weiter nach oben. Ja, guck mal. Wir bauen uns einfach n Weg nach oben. Ja. Wir brauchen keine Schwerkraft. Wie Freunde. Da-da-da-da-da! Ui! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Hilfe! Erster! Erster! Zweiter! 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 Alter! Oh nein! Was redet ihr denn alle so? Hä? Oh Gott, unser Freund ist tot. Wir müssen ihn rächen. Nein! Ja, ich weiß. Nein! Ja, du hast den Block nix kaputt gemacht, da konnte ich nicht mehr drauf. Ich nehme gerade vor, wie Zombie in Death Note mit der einen spielt und mit der anderen in der einen ist. So, wir haben ja auch auf der Tipstitte so ganz dramatisch. Alter, ich komm da nicht hoch. Du hast es doch geschafft. Ey, wusstet ihr, dass es bei One Punch ein Spiel gibt? Ja. Echt, echt? Schlägt man da an das einmal? Ja. Ich bin vorbei. Wusstet ihr, dass die zweite Staffel mitten in der, mitten in der Geschichte aufhört und voll kacke ist? Wusstet ihr, dass das neue... Wusstet ihr, dass ich die zweite Staffel noch nicht gesehen hab? Sei froh. Also guck dir echt erst, wenn die dritte da ist. Hilfe! Ich hab nur gehört, dass das neue Animationsstudio nicht ansatzweise so gut ist. Ja, das kommt noch dazu, aber... Leute, ich hab'n Problem. Oh oh. Betet für mich. Ich bete. Du schaffst das, Manu, du bist schnell genug. Und jetzt... Ja! Nein! Au! Hä? Palette, ich hab'n's geschafft! Ja! Palette, tanzt da und... Was tust du so überrascht? Ich hab' mich nur gefreut! Ach sooo... Nein! Wer zur Hölle hat da grade'n Jetpack genommen? Und bitte stell' es ganz weit weg. Ja, mach' ich auch. Ich stell's hier hin. Also muss man über das Ziel klettern, um die Jetpack zu... Ja, genau. Ich kann aber hier ne Plattform hinmachen. Ey! So, kann man sich holen. So, ich möchte jetzt auch einmal ins Ziel... Wer hat das getan? Ich weiß nicht. Welches Monster? Was hat... Alter, die Musik passt da auch grad'n richtig gut dazu. Welches... AAAAAAAH! Was hat das gemacht?! Hahaha! 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 So feck! Was sollt' mit dem Jungen fallen? Hahaha! Ich wollte... ich wollte mich im Herz lachen. Hahaha! Hast du gut gemacht. Hahaha! Oh Gott! Das wär' der Spaß! Das wär' der Spaß! Versucht sehen, wie das Hühnchen es schaffen! Hahaha! Warum geht der überhaupt hin, Leute? Die müsst' da gar nicht hin! Ist doch egal, ist doch lustig! Ja! Also, ich find' den Tod nicht lustig. Ich respektiere den Tod, aber finde ihn lustig. Oh, da ist ja ein schwarzes Loch! Oh nein! Ich hab's nicht mal gesehen! Ich auch nicht! Alter, der saugt kaum, saugt mein Leben! Hahaha! Nein! Los, hol das Jetpack! Hol das Jetpack! Hol das Jetpack! Geh ins Ziel! Warte, musst du mal ein schwarzes Loch? Ja, ich saugt gerade an uns beiden. Achso! Okay, ich hab's jetzt hoch geschafft. Nächstes Ziel... Jetpack! Nächstes Ziel... Alternative Strecke hier lang. Oh, okay. Geht das? Ja, oder? Ja! Oh, das macht ein... Die Palette da! Oh nein! Die Palette... Die Palette liebt den Tod! Hallo, Jungs! Hallo! Alle tanzen! Alle tanzen! Ne, ich will weg von dir! Ich will einfach mal weg von dir! Bitte nicht anfassen! Das Auge wird so länglich! Oh, ne! Ich hab's verpasst! Oh, oh! Äh... Oh, da rüberkommen ist echt schwer! Ne! War ja nicht ein schwarzes Loch irgendwo? Alter! Ah! 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 Ja, klar! Man sieht da nichts, wenn er da unten gammelt! Ja, ich hab den Fahrstuhl verpasst! Ja, und wir werden dafür bestraft! Alles klar! Geh auf den grauen Block und spring an der Seite vom grauen Block ab, um auf die Treppe zu kommen! Okay! Bring nicht! Okay, dann nicht! Hat nicht geklappt! Oh! Oh! Ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Ich muss da hoch! Oh! So! Weg da! Weg da! Weg da! Von der Honig! Weg! Ja! Ja! Oh! Oh! Wer hat das Schöchlein gemacht? Das war ich! Böse! Böse! Die Böse! Auf die stille Treppe! Oh, meine geheime Falle! Das Brett! Oh! Oh! Man muss von der Erde fallen! Die Münze ist schon verlaufen! Oh! 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 Was hat Zombiel sich denn für'n einfachen Weg gemacht? Ich hab Blöcke gebaut. Chat-Pack. Ja, endlich. Es ist endlich soweit. Was, Leute? Ich hab das nicht gesehen. Warum hast du nicht gesehen? Das hat sich gelohnt. Die Rache des Affen. Welche Rache, du hast dich selbst aus Kiel umgebracht? Nee, nee, nee. Ja, da hast du der... Wer war das, Leute? Ich war das nicht. Ich hab nur Bretter dieses Spiel gebaut, glaub ich. Erstmal den Chip der Freude essen. Oh Gott! Oh! Und noch in die Lava. Oh, die Plattform machen wir noch geiler. Ich hab's hoch. Ich hab's hoch. Ich hab's hoch. Ich hab's hoch. Wir werden alle sterben. Das Ding blockt das doch, oder? Ja. Oh, lol. Oh. Achso, ihr züpfen. Danke. Wir müssen den hochruppen, wenn das blockt. Das ist ja... Easy. Oh, nee! Was? Oh, nein. Nein. Nein! Das Böse! Er geht ins Ziel. Oh, oh, oh. Bitte. Spiel, bitte. Alter, jetzt geh rein! Ja! Oh! Oh! Gutes Pferd. Nein! Los, Palette, du schaffst das noch! Stell dich auf den Stoff! Ja, bleib da drauf! Der ist der, der es gebaut hat. Oh, du kannst noch ein bisschen weiter nach oben. Du kannst neben dir Stacheldraht. Ja. Ja. Okay. Versuch einfach aufm... So ein Mini-Ding! Hahaha. In 100k. Ich wollte auch nur einmal ins Ziel. Hahaha. Ja. Ich bin das Mondpferd. Das Pferd vom Mond. Hahaha. 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 Vielen Dank fürs Zusehen, Leute. Schaut bei den anderen dreien vorbei. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Tschüss. Tschüss.